Das passiert, Leute, wenn, wenn, wenn Milch da ist. Die werden alle gerostet hier. Milch ist Gift, Leute. Nach gefühlten tausend Jahre, es waren sechs Tage Fluex, und tausend Pickeln auf der Nase. Damit, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Fluex-Kanal. Lol. Ich hab was gefunden. Was? Lol, hier ist ein Geheimgang. Uh, Leute. Wo, wo, wo? Hier hinten bei Bad Wars. Ich bin da so hingelaufen, und es ist da so ein Loch, Alter. Nice. Naja, Leute, das geht, ist der Geheimgang, wo ihr nach hier unten kommt, glaube ich. Also, wenn ihr mal da unten rein wollt, dann benutzt den Geheimgang. Aber naja, Leute, nachdem ich jetzt ein Wochenende mir ein bisschen Pause genommen hab, von Meinsucht und so weiter, geht es jetzt wieder fresh weiter mit einem neuen Video. Heute ist natürlich der liebe Ruff Attack dabei. Ja, hi. Und ja, Leute, ich weiß, dass ich einen fetten Pickel hab. Könnt jetzt nochmal alle reinschreiben, damit ich es noch mehr weiß. Aber damit haben wir das auch abgeschlossen. Wir gehen heute mal ein bisschen trollen, und dafür lade ich den Ruff Attack auch erstmal ein. Indie Party. By Ruff heißt du ja jetzt. By Ruff, Alter. By Ruff, Alter. By Ruff, Alter. Nee, nee, schäm dich, schäm dich, schäm dich, schäm dich, Leute. Heute gibt's Videos wieder von By Ruff, so. Das klingt irgendwie geil, weißt du, weißt du, irgendwie, so, so. Definitiv. Nein, nicht für mich. Und dann ein bisschen Action heute. Egal, das merkt keiner. Ja, High Flow, jetzt. Das merkt keiner. Das merkt keiner. Das merkt keiner, Leute. Einfach, einfach ganz schnell troll geben, so. High Def. Nein, nicht High Def. Boah, schreiben die das alle rein. Mach mal Troll GM, dann kannst du, äh, fliegen. Roll. Die sollten mich auch nicht sehen. GM sehen die nicht jetzt? Nein. Nein, die sehen ich nicht. Okay, oh mein Gott. Okay, Rob. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Du siehst mich? Siehst du mich? Okay. Ja. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay. Okay, was können wir mal machen, Leute? Also der Klassiker ist natürlich hier so den Block abbauen, wenn die sich bauen. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Oh Gott. Oh Gott, hab ich ihn geschlagen? Oh mein Gott. Nein. Das ist in dem Chat. Das macht so Spaß. Oh Gott, Rob. Die sollte man lieber nicht allein. White Troll Modus. Nein, nein. Ich hoffe, wir haben die Runde verkackt, Rob. Ja, aber guck mal hier, Bitch. Ich hab ne riesig keine Idee, Flo. Guck mal hier. Guck mal zu mir. Ja. Guck mal. Bitch ist giftig. Milch ist giftig, Leute. Hashtag Milch ist giftig. Wir sollten die umbenennen so. Zu Milch ist giftig. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, sie wissen ja eh schon, dass wir die schauen. Ja. Dann können wir auch mal so ein bisschen. Ups. Nein, nicht das Bett. Nicht das Bett. Nicht das Bett, Rob. Nein, sie sind gestorben. Nein, jetzt können wir sie... Oh, du bist so dumm. Jetzt können sie gar nicht... Jetzt kann man ihr Bett gar nicht mehr abbauen. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir das Bett dann neu hinsetzen. Aber wo ist das Bett? Ja, ich glaub da. Du glaubst? Warte, ich guck kurz nach. Warte. So. Ich guck mal. So, ich glaube so. Das ist von der Mitte den Spawn. Warte, ich guck genau. Wir können ja da nachgucken, wo das Bett ist. Das ist da. Da ist es? Okay. Gut, okay. Dann lassen wir mal... Warte, wir helfen unserem Teammate mal ganz kurz. Hier so ein Stone-Weg oder so. Warum nicht? Den sieht man doch auch alle Tage. Ich würde sagen, das war einer der schlechtesten Spawns überhaupt. Ja. Aufnahme? Äh, ja, so, ähm, wir waren hier nie, Leute. Der Nick ist ja im H-Richt-Frau. 7, 2, 7, 6, 3, 3, 5, 8, 5. Das hört sich ein bisschen an wie meine Telefonnummer. Die lautet nämlich... Piep! Rough Telefonnummer lautet... 0, 1, Piep! 0, 1, 7, 2, 2, 6, 6, 8. Oh mein Gott, ich hätte sogar fast gesagt meine ganze Telefonnummer. Bei... Okay. Wenn ihr 150, nee, 100, 100 Likes schafft. Warte, ich weiß nicht, wie viele Likes du so machst. Wie viele Likes machst du sonst so? Ach, so 50. Ja, du laufest so ein Müll, Flo. Pass auf. Bei... 120 Likes. Okay, 120 Likes. Wenn ihr die schafft, dann verspreche ich euch, wenn ich meine Nummer... darfst du meine Nummer für einen Tag... Nicht für einen Tag, für einen... Nee, für 5 Minuten auf Twitter posten. Für 5 Minuten, okay? Ja. Bitte sehr. Mal gucken, ob die das schaffen, Flo. Ich hoffe nicht. Okay, Leute, lasst die Likes da. Dann werde ich auf jeden Fall auf Twitter das posten. Um wie viel Uhr ich das dann poste, damit ihr das alle natürlich mitkriegen könnt. Also, 120 Likes ist die Nummer. Dann kriegt ihr die Nummer von Rough Attack. Und dann könnt ihr in... Wo bist du immer? In Berlin oder so. Könnt ihr in Berlin besuchen und anrufen und callen und so weiter. Leute. Ja. Ich bereue es jetzt schon. Kriegst dann so 1000 Nachrichten. 120 Likes, Leute. Das schaffen wir so easy. Oh mein Witz. Doch. Nein. Nein, Flo. Hör auf. Das schaffst du nicht. Nein. Kann ich noch irgendeine andere Likes. Nein. 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 Ich mach das mal alles Gold hier. Einfach alles Gold. Okay. Team Gelb. Also wir haben Team Gelb. Oh, lol. Wir haben alle Teams da. Okay. Hm. Gut. Super. Wenn die gleich mal weg sind. Team Grün. Dann könnten wir mal alles so irgendwie durch Goldblöcke ersetzen. So den Weg, weißt du. Ja, ja. Die spawnen dann noch. Lol. Hier hackt einer. Da hackt einer. Ah. Lol. Warte. Tschüss. Jetzt müssen wir noch gucken, ob der andere auch hackt. Also der eine hackt einer. Leute, wir wollen nur mal trollen, dann haben wir einen Hacker. Okay, wir müssen den jetzt richtig unsichtbar trollen. Okay, warte. Pass auf, ich sag mal, ich will Bronx sein. Warte. Troll item by here. So, warte. Guck mal, Flo, die wurden sich... Hä? Okay, jetzt gucken wir mal, ob der hackt. Hackt der? Hackt der? Hackt der, Leute? Doll. Oh, das bist du. Ich dachte, jetzt fliegt der hoch. Sorry, aber das... Oder ist das wie ein Gehleiter? Nee, der spielt normal. Aber den anderen... Wer hat meine Blöcke abgebaut? Niemand. Wir würden doch niemals... Komm, alles mit Barrieren? Ja. Dann kommt der einfach nichts mehr an... Nichts mehr an... Nichts mehr... Nichts mehr, Alter. Nichts mehr ans Bronze. Los, schnell auf! Platzier! Ja! Okay, los, los, los. Auf, der ist verkackt! Ja, ich hab richtig verkackt, dass das... Warte kurz, warte kurz. Okay, er denkt sich auch noch so, was? Hä? 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 Also, ich kopier mal kurz den Namen, damit ich den nicht... Ja. Hack... Auf... Auf jeden Fall war ein Hack. So, pass auf. Der hat einen Block platziert. Ich so direkt weg mit dir. Ah, guck mal, Flo! Allein, die Barrierenblöcken nützen nichts, weil, äh, ich müsste hier noch ein bisschen mehr. Ach, weil er da durch, warte, der muss, der, die müssen größer werden, also mehr. Warte, den Villager bauen wir auch mal ein. Ah, guck dir das an! Er denkt sich so, hör, ich will das Bronze, ich will das Bronze haben. Warte mal ganz kurz. Ich, ich guck mal bei den anderen, warte mal ganz kurz. Den, ich glaub, der ist erstmal so komplett, oder? Der ist so komplett geplant, oder? LOL! Er hat sich teleportiert! Was? Oh mein Gott! Nein! Hä? Hä? Oh mein Gott, er hat sich teleportiert, was hat er für ein Hecklein? Nein! LOL! Oh, LOL! Was macht er? Junge! Oh mein Gott! Das ist ein Anti, äh, das ist Mega-Velocity, das ist... LOL! Du gehst so, wenn du ihn nach hinten schlägst, geht er automatisch nach vorne. LOL! Snowflake! Aber wir bannen ihn auf jeden Fall jetzt erstmal für die Eins, für Hecklein, Leute. Haben wir in einer Chorling-Folge einen Vannecker gewandt. Warum nicht? Okay, jetzt sind eben nur noch wir und der Grüne, okay, oh. Aber der Grüne hat noch ein Bett. Flora! LOL! Hat er es gesehen? Hä? Ja, er guckt so durch! Hä? Ja, geil! LOL! Hä, er guckt so? Oh, er hat es zurück! Der andere ist in der Base! LOL! 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 Warte, er sieht das Gold! Was? Ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt gleich das Gold sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Hä? Er wauts ab! Er wauts ab! Oh mein Gott! Warte, was? Er wauts wirklich ab! LOL! Hä? Nee, das droppt, glaube ich, nicht. Oder will er jetzt was damit kaufen? Die neuen Goldblöcke! Trolls, spawn, cao, hund, äh... Ja, 50 machen wir erst mal. Leute! Mach nochmal 50! Das lag bei mir noch 0! Deswegen kann ich noch einmal machen! BRRRRRR! LOL! Oh mein Gott, das ist Thumbnail, Alter! Und, ähm, die haben ja vom lieben Ungespielt vieles gelernt! Deswegen teleportieren wir mal kurz alle hierher! Und dann, Leute! Möchtens gibt! Oh mein Gott, Leute! Sie kämpfen gegen die Kühe! Möchtens gibt! Oh mein Gott! Okay, da lebt noch einer! Oh, oh, er besiegt sie hier! Okay, Leute! Was brauchen wir noch? Wir müssen ja jetzt gegen die Dinger hier ankämpfen! Deswegen brauchen wir auf jeden Fall mehr ein paar Silberfische oder... Nee, Zombie! Ja, Zombie ist auch gut! Oh, oh, oh! Okay, warte! Wir brauchen ein bisschen mehr Platz, Leute! Troll, Fire, Fire, oh, it's a game, Fireball, so! Und... Das ist geil, Alter! Milch ist Gift einfach mal! Das passiert, Leute! Wenn Milch da ist, die werden alle gerostet hier! Milch ist Gift, Leute! Das Fleisch müssen wir auf jeden Fall wegwerfen! Ja, da unten fliegt's weg! Ich denke mal, denen ist das noch nicht aufgefallen, oder? Dass wir sie verarschen! Das ist noch nicht aufgefallen! Sind ja nur... Ich meine, die Mitte gibt es ja quasi fast gar nicht mehr! Okay, warte! Sollen wir mal 500 Kühe spawnen? Komm mal! 500 Kühe auf deinen Nacken! Warte! Oh, Alter! Sie sind rausgefl... Was? Wo hast du sie gespottet? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Alter! 500! Lass! 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 Lass, die sind auf die andere Seite geschossen worden! Oh mein Gott! Yo, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da! Denkt dran, bei 120 Daumen nach oben veröffentliche ich die Nummer von Ruff, beziehungsweise hat er im Video so bestätigt! Und ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr jetzt gleich in dem Outro das nächste Video anklicken! Denkt dran, den Channel zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt! Und ja, jetzt haut rein und habt noch einen schönen Tag! Und unten in den Kommentaren werde ich fleißig antworten, also wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten rein! Und jetzt, tschau tschau! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.